Liebes, hochverehrtes, hochgeschätztes Münster, wenn am Prinzipalmarkt die Lichter aus sind, aber 8.000 bis 10.000 Leute trotzdem durchdrehen, wenn die Kneipen dicht sind und trotzdem sich keiner beschwert, dass es keine Getränke gibt, wenn es unter 0 Grad ist und alle Leute sich freuen, dass sie kalte und nasse Füße haben, dann weißt du, dass du genau richtig bist. Das heute hier war großes Kino gegen die Idioten, die da heute das Rathaus besetzen. Bitte stark bleiben gegen rechts. Vielen, vielen Dank dafür. Eure Doonuts. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart I do believe we shall overcome someday. Wir grüßen das liebe Publikum. Eine kurze Rede an die gastfreundlichen und leistungsstarken Menschen von Deutschland. Wir bitten um Zeit. Wir Afghanen sind nicht hier wegen banalen wirtschaftlichen Problemen zu Hause. Wir sind gekommen wegen großen Problemen in unserem Land. Wir haben endenloser Krieg. Wir leben in ständiger Angst und Unsicherheit. Was ist da, wo seid ihr? Nazi ist raus! Nazi ist raus! Nazi ist raus! Keine Macht den Faschisten! Die Weile sind wir! Wir sind das Ende Deutschland! 都! Die Weile sind wir! Menschen, die Wir sind das Ende! Die Wir sind da, wo seid ihr? Wir sind das Ende! Und wenn wir in unserem Land sind wir uns noch dranbleiben? Und jetzt nicht nur, dass die Katrin so groß ist! Und wir waren vor allem die Seite, wir haben hier mit uns noch wenige IL, die wir haben hier vorgelegt! Und wir waren es selber schwer, dass die Kochen romantisch ist, Und wir waren es einfach so, dass die Kochen romantisch zu uns Und wir waren es einfach so, dass die Leute ein, wie wir waren, und die Wir waren es dann gar nicht. Und wenn ich das hier gerade so sehe, diese wirklich schönste Kulisse, die wir wegen der Scheiße da vorne hier alle, ist doch unfassbar, oder? Aber umso schöner. Es ist auch scheißegal, wo deine Freunde herkommen, wo die hingehen, es ist scheißegal, was die für ein Geschlecht haben, es ist scheißegal, was für eine sexuelle Orientierung die haben. In Münster sind alle gleich und das können wir diesen Pennern da vorne heute mal beweisen. Also Trump, Leute, seid dabei! Let's find the volume! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh